Einen wunderschönen Samstagmorgen, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Timo's Lichtblick, Kartenlegen mit Herz und Tumor. Ich bin euer Timo und auch heute schauen wir wieder in die wundervolle Energie der Liebe, der Finanzen des Berufes und auch in die des Highlights des Tages. So sieht es aus. Ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend natürlich gut. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Noch sind, ich glaube, acht Plätze frei für das Seminar am kommenden Dienstag. Wer da dabei sein möchte, für 30 Euro dort als Zoom-Seminar geht es um die Thematik spirituelle Entfaltung und die Zusammenhänge der Seelenpartnerschaften damit. Was haben die mit deiner spirituellen Entfaltung zu tun? Glaubt mir, es wird ein interaktives Seminar, von daher lohnt es sich für jede Menschensehne. Wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr mich über die Webseite von mir kontaktieren oder ihr kommt in den Stream um 12 oder 20.30 Uhr und könnt da gerne euer Eintrittsticket lösen. Jetzt aber schauen wir hinein in die Liebe des Tages und da haben wir den Papagei mit der Kommunikation. Das Leben kennt viele Wege. Öffne dich für die Kommunikation. Was will besprochen, beachtet und neu gestaltet werden? Ja, hier geht es darum, dass auf jeden Fall Eifersucht heute mal ein großes Thema sein wird, aber man sollte da offen darüber reden. Man sollte nichts verheimlichen, man sollte wirklich in sich selbst gehen und auch aufzeigen, dass es einfach was mit der Kindheit zu tun hat, dass man die Aufmerksamkeit nie bekommen hat und deswegen bei jedem Menschen eine Eifersucht empfindet und daher einfach mal diese Thematik lösen. Auch der Selbstwert sollte heute ein bisschen mehr fokussiert werden für dich. Achte da ein bisschen darauf, dass du hier mehr an dich selbst glaubst, mit kleinen Schritten nur in die Konkurrenz gehst, sondern zuerst bei dir nach den schönen Dingen des Lebens siehst. In der Liebe allgemein ist heute noch sehr viel Erotik mit dem Spiel. So, im finanziellen und im beruflichen haben wir die Lebensenergie. Betrachte die Situation aus übergeordneter Sicht. Viele Möglichkeiten öffnen sich dir. Zögere nicht. Handle. Und das ist natürlich ein wundervolles Thema. Da wirst du sehen, dass das Zögern schon aus Mangel und Angst besteht. Ja, man weiß ja nicht, was kommt jetzt auf dich zu in nächster Zeit. Vertraue mir, auch wenn es harte sechs gewinnen lässt, sondern weiterhin an dir arbeitest und für dich dein Leben weiterhin aufbaust. Das auch in der Ausgabe der Finanzen. Man muss sich nicht absichern, denn man wird abgesichert. Das ist die Thematik des Universums. In der Arbeit ist heute erstmal Stillstand. Da gibt's keine Botschaften. Und wir haben die Heuschrecke als Highlight des Tages mit der Entwicklung. Du kannst jetzt große Sprünge machen und Fortschritte auf deinem Weg erzielen. Neue ungeahnte Räume öffnen sich dir. So soll es sein. Du wirst sehen, hier gibt es sowas wie einen kompletten Neuanfang für dich. Gerade auch nochmal in der Kommunikation der Liebe. Hier geht es sehr ins Geben und Nehmen, weil du endlich mal auch äußerst, was dich wirklich bedrückt. Hier deine Sicherheitsgedanken, was die Finanzen betrifft und die Arbeit. Da geht es heute in kleinen Schritten voran, weil du erkennst, welchen Weg du gehen musst. Und wir haben auch die Ängste, die jetzt umgangen werden, damit du für dich wirklich einstehen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Samstag und würde mich freuen, wenn du auch mal bei Facebook vorbeischaust, Instagram vorbeischaust oder natürlich auf der Webseite oder im Shop. Bis dahin, alles Gute.